Ganz häufig sehe ich, dass die Hüfte im Aufschwung herausschiebt und der Oberkörper kippt. Dafür gibt es aber eine ganz einfache Übung, um das loszuwerden. Gehe in ein imaginäres Setup. Mit der rechten Hand greifst du jetzt in deine rechte Hosentasche. Mit der linken Hand tust du, als ob du einen Schläger hältst. Jetzt ist das Gefühl, dass du jemandem die Hand gibst, der neben dir steht und dabei gleichzeitig mit deiner Hand die Hosentasche zurückbewegst. Dadurch wirst du genau das Gegenteil machen von dem, was du vorher gemacht hast. Die Hosentasche geht nach hinten, die Hüfte also, und deine Schulter geht eher weg vom Ziel. Dieses Gefühl probieren wir jetzt auch mit Ball aus. Hosentasche zurück, wir geben jemandem imaginär die Hand und schon wird deine Hüfte im Aufschwung jetzt nicht mehr ausbrechen und der Oberkörper so schrecklich kippen. Probiert das aus und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es geklappt hat.